So, hallo, willkommen zu einer kleinen Folge TTT, ja, wie immer jeden Tag. Äh, nur kurz als Erwähnung, damit ihr den Insider versteht, den wir während der gesamten nächsten Folgen immer wieder mal erwähnen. Wir wollten TTT gemeinsam aufnehmen und Rotpilz kam einfach, äh, eineinhalb Stunden zu spät, weil er ein Video hochladen musste, obwohl er zugesagt hatte, zu einem bestimmten Zeitpunkt da zu sein. Äh, das sollte es erklären, warum wir die ganze Zeit Anspielungen darauf machen und bitteschön, ich wollte nur nicht, dass ihr verviert seid. Viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder. Hi, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Abonniert, delay, LP. War das jetzt so schlimm, Warno? War das jetzt so schlimm? Ja. Okay. Ich bin übrigens, ich gehe gleich noch auf Toilette und dann muss ich noch Soundcheck machen und alle müssen das sagen. Ich hatte jetzt kurz noch ein Video hoch. Dauert nur eine Stunde. Nein, dauert vier Stunden und eigentlich jetzt vorher schon. Nein, es verarbeitet dann noch drei Stunden. Alter, lai. Wir sind leider, Manuel. Weißt du, was ich bin? Sag mal, vereinen, was ich bin? I will Detektiv. Äh, kannst du uns... Samuel, kannst du uns da bitte nicht Bescheid sagen, aber trotzdem auf Twitter schreiben? Ja, klar. Ich beobachte euch, ich habe ein Auge auf euch. Weil ich einen Teleport habe. Oh, wie sinnvoll, ey. Ja, ist doch super sinnvoll, Alter. Gibt es neue Waffen, kann das sein? Ja, es gibt diese kleine Uhr, die wir für Felix eingebaut haben. Mit der man seine Freunde um eine Stunde versetzen kann. Komm, da nur ein Traitor rein. Ich glaube, Samuel ist Traitor. Ich glaube, Samuel hat sich selber zerquetscht. Hä? Achso, der Fahrstuhl wie... Oh, nee, oder? Ja, doch. Es denke ich, Inno. Ja, ist er auch. Er hat sich selber mit dem Fahrstuhl... Oh, Gott, Gott. Tadel, Tadel, Tadel. Ja? Bist du Traitor? Nein. Wie, aber wie geht denn das hier unten? Da ist mir halt der Fahrstuhl auf den Kopf gefallen. Ja, hier unten. Hey, wo dann was der Matsch? Ach, beim Runterfahren. Ja. Ja, klar. Hä? Sieht man auch, glaube ich. Liegt die Leiche jetzt unten? Hä, kann das sein, dass Dario und Rolfitz Traitor sind? Okay. Okay. Hä? Ach, Mordado ist auch noch. Ja, ich lebe auch noch. Ich lebe auch noch. Ich lebe auch immer noch. Ich lebe auch immer noch. An Mordado? Okay, gut dann. Was ist das für eine Waffe, Tadel? Ich glaube nicht, dass es Tadel ist. Dann schätze ich Mordado. Es ist Tadel. Es ist Tadel. Hä, wieso? Weiß nicht. Okay, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ich bin Detective, Mann. Bist du gerade runtergesprungen? Hä, guck mal, ich gucke mir dann. Using your Detective Skills to identify the last person you saw, Baba Tadel. Tadel, ja, Tadel ist auch. Ne, Tadel hat eine Leiche runtergeworfen. Tadel ist Traitor und lebt noch. Ja, sag ich doch. Hä? Aber, ne, das ist eigentlich eine dumme Begründung, warum ich glaube, dass er es war. Weil Rotpilz hat einen Headshot bekommen. Hat auch Fallschaden, ja. Tadel lebt noch. Wo ist der denn? Wahrscheinlich unten im Keller. Geschüsse. Was für Kerber? Achso. Jetzt weißt du aber schon mal, dass ich hier nicht bin. Aber es sind zwei Traitor, oder? Ja, ich schätze mal Maudado und Tadel. Warum bist du es nicht? Was? Ganz ruhig. Weil ich schon 60 HP durch den Traitor gerade verloren habe. Hä? Durch was? Durch ne Granate. Durch eine Wegschleidergranate. Und ich hätte die wohl kaum in mich selber reingeworfen. Wer ist das? Ich bin's. Maudado. Ich bin's. Ja, und? Ich glaube, er ist es. Ich glaube, er ist es. Ich bin nämlich kein Traitor. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich habe gerade zwei Leute gesehen. Maudado, es ist doch nicht. Nein, nein, nein. Ah, nicht töten. Hast du? Ja. Hä, hast du gestorben? Ohne Witz. Ich bin mit dem Fahrstuhl einfach ganz normal runtergefahren. Dann stand der schon. Dann bin ich rausgelaufen. Und auf einmal fällt der einfach um. Jede, jede Runde, jeder Fahrstuhl, Fahrstuhlstuhl. Ich habe ihn, glaube ich, hochgerufen. Achso, deswegen würdest du an den Dreckel. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass du gerade unten bist. Er tötet seinen Traitor. Ich werde dir nie wieder verzeihen. Aber Taddle, hast du Felix Hatchel? Obwohl, der hat bestimmt immer geladen. Nein, nein, nein. Das war auch übrigens richtig scheiße von Manuel kombiniert. Weil ich mit Manuel unterwegs war, während Felix abgeschossen wurde. Aber das war's. Wer hat denn Felix getötet? Ich. Ah. Ah, seit wann wird einem als Detektiv sofort angezeigt, ohne Untersuchung, wen der zuletzt gesehen hat? War das schon immer so? Ja. Ich habe nie gemusst. Die Fähigkeit. Ich kenne das Spiel noch gar nicht. Wie geht das Spiel hier? Äh, hier, hier. Hier muss man Blumen sammeln. Und wer die meisten Blumen am Ende hat, der hat gewonnen. Ich bin ein Detektiv. Zitat. Ich mag Blumen. Ich habe jetzt immer noch als Deathmatch gespielt. Moradado ist wohl tot. Ist Moradado gestorben? Ich habe ihn schon reingehört. Ich habe ihn schon reingehört. Ich bin zusammen mit Moradado in den Fahrstuhl gelaufen. Ja, ja, ja. Ja, wirklich. Ja, aber es passen keine zwei Leute rein. Ist er tot? Nein, nein. Ist er tot? Ist er mir verreckt? Ist er falsch angestogen? May of his bones are broken. Ja. Impact of his bones are broken. Der wurde wahrscheinlich zerdrückt. Ja, scheiße. Natürlich nicht. Ich bin Inno, ich bin Inno. Äh, Tal, bist du echt Inno? Wir nutzen einfach nicht, Mann. Der kommt jetzt gerade runtergefahren. Ist Tal echt Inno? Ich weiß echt nicht. Machen wir ein Wasserbegräbnis. Keiner beschuldigt mich und ich sage, ich weiß nicht. Brotpilz, wir müssen die Leiche zu dem Boot bringen. Na, Wasser und ich bin jetzt saufs dann. Warte. Okay. Irgendwo an einem Strand war ein Boot. Kommt mit. Stimmt, boah. Boah, ist das cool, Mann. Wir legen die Leiche jetzt auf dem Boot und schieben das Boot ins Wasser. Das ist echt richtig cool. Sind wir die Einzigen, die jetzt noch da sind? Nee, ich bin auch noch da. Ich will das jetzt machen. Aber ich bin die Teste. Achso, okay. Warte noch auf mich mit Beerdigung. Ich habe ihn so gut gekannt. Ich möchte dabei sein. Wo sind die Dinge? Ach, da hinten? Boah, ist das cool, Mann. Nehmt euren Stab und schiebt. Nehmt eure Stäbe und schiebt mit. Maudado, es war eine schöne Zeit mit dir. Hey! Rotpilz hat das Boot umgedreht. Irgendwann muss alles zu Ende gehen. Ich hole das Boot zurück. Der Nebel des Vergessens. Wo ist die Leiche? Der Nebel des... Hat er. Maudado. Und schon. Nein! Wer war das? Wer war das? Das war Taddel. Nein, bist du das? Taddel stirbt. Und? Tud rein. Tud rein. Oh nein, er war innocent. Alter! Wo? Alter! Der hat ne Kau? Ihr Bein, ihr Bein Salz. Ihr Bein Salz. Ropilz und... Ich bin tot. Oh Mann. Das war schon schön. Ihr mich beerdigt. Oh Gott, Maudado. 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 Was machst du da in diesem Teil? Wie einfach alle direkt am Taddel gegangen sind. Ja, du hast doch die Beerdigung sabotiert. Verdient. Verdient. Missgeburt. Hä, ich hab das Boot doch kaputt gemacht. Echt? Oh. Ja, mit Maudado. Gleich hab ich's kaputt geschlagen. Was? Taddel, ich wollte ihn nicht töten. Ich schon. Vielleicht? Warum? Weiß nicht. Einfach so. Weil ich dachte, witzig, witzig, tralalala. Witzig, witzig. Heut kommt Nikolaus Abend, ja. Lustig. Lustig. Aua. Aua, aua, aua. Heute ist Nikolaus Abend da. Echt? Ja, aber auch gar kein... Aber bald, bald. Taddel. Okay, ich nehme den Acht vor diesem Fahrstuhl. Der ist echt gefährlich. Sag mal. Spaß, ja. Der ist echt super gefährlich. Ich höre dich mit der Kruber. Und das ist... Der ist in der Ohre. Der ist bestimmt nicht tiefgebrüht. Nein, ich höre mich mit der Ohre. Ich habe mit der Kruber. Ich bin hier bei Rotpilz. Mikrober. Und er sagt einfach gar nichts dazu, wenn ich mit der Kruber geschlagen habe. Stimmt, das hast du schon gehört. Hallo. Ich bin auch Heldi. Das habe ich eingestellt. Das sehe ich jetzt an meiner Lebensleiste. Da steht jetzt Heldi. Geh weg. Stay with me. Okay. Bist du oben? Ja, on top of the Leuchtturm. I come in hoch with the elevator. If I don't say anything anymore, then I'm dead. Please hold your Fretze, bitte. Ja, bitte. Halt deinen Mund. Hi. Hallo. Please hang yourself. Please hold your Gurschen. Ich verfolge die ganze Zeit. Ich verfolge die ganze Zeit. Nein. Da, haben wir schon eine Diskambulator hingeworfen? Ja. Da haben wir schon eine Hände hingeworfen. In der Handgeberschreie in der Hand. Die ist schön. Ja, eine Diskambulator. Ja, das kann man immer schön sehen. Und jetzt explodiert das Boot nicht. Aber der Tadel fliegt weg. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal. Wow, nein! Manu! Nein, Manu! Ich wurde angeschossen. Ich wurde von oben irgendwo angeschossen, aus dem Haus oben. Ja, dann lass mal hier weggehen. Ich hab's aber gesehen. Dario, Dario ist kein Traitor. Bei Tal weiß er jetzt nicht. Also, ich würd Zombay verdächtigen, weil das in dem Haus grad rumgeschlichen ist. Ja, aber ich hab ne Farmers. Da oben ist Ruppitz, der ist Detective. Wo ist, okay, Zombay sagt ihr? Ja, also der hat grad hinter dem Haus da. Warte, ich schieß in die Richtung bei dem Haus. Welches Haus? Er ist bei mir, er schießt auf mich. Und ich bin so gut wie verloren, wenn er auf mich schießt. Und ich hab mich getroffen. Was da hinten? Ruppitz ist Detective, ich bin schon mal auch kein Traitor. Ich hab doch gesagt, dass es Tadl ist. Ja, glaub ich auch. Er schießt, er schießt. Ja, wenn ich auskick. Das ist dein Ernst. Delay? Wo ist der? Delay? Okay. Ich wurde angeschossen. Es kam nur so grad. Als Einziger kommt Delay überlegt. Was wirfst du da hin, hä? Wo ist der? Da ist Leiche mit ganz viel und du stehst noch... Er bleibt einfach stehen, hä? Ja, ich hab den Teleporter benutzt, aber er hat irgendwie nicht geklappt. Sie lacht. Vergewaltigt mein Leiche, Schlemmerado. Ach, da. Warte. Ich hol dafür meinen Magnet. Oh ja. Oh ja. Dreh mich um. Hohohohoho. Redet mal bitte alle ein bisschen... Nein! Ja, gerne. Hallo, wir reden alle durch. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Aber jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Okay. Redet mal alle nacheinander, bitte. Hallo. Hi. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, der Mero hier. Hallo. Was sind immer diese Spezialisten, die so ein Wort sagen, Mann? Redet mal bitte ein bisschen. Hi. Hi. Hi, Leute. Ah, Leute. Ich hab's eh nicht, das richtig anzupassen, deswegen lass ich's einfach von Anfang an. Ich hab eh die Umstellung aufgegeben. Selbst wenn ich alle gleich laut höre, in der Aufnahme ist immer irgendwer leiser oder lauter als der Rest. Die Müll. Ja, ich hab, ich merk mir einfach immer, Zombie, minus 20, alle anderen plus 5. Ja, stimmt. Dann ist ungefähr okay. Ich weiß nicht, was mein Mikro hat. Sorry. Don't hate me. Ich bin übrigens... Sorry, traurig. Hura, Hass einfach, empfinde ich jetzt, weil ich das so umstellen muss. Ich bin übrigens der sogenannte Herr Detektiv. Okay, Traitor. Traitor. Er ist Fake Detective, tötet sofort Dario. Fake Detective. Ja, ich hab's gesehen. Ja? Man kann kein Objekt in den Fahrstuhl reinlegen. Ja, das war beim anderen Fahrstuhl auch so, also bei dieser Flugzeugmap zumindest. Oh ja, lecker. Oh, ich wollte aber da... Ach, wer ist denn da? Ich will da ein Steinmeier reinlegen. Oh, das ist ja süß. Hallo, ich fahr mit meinem Vater. 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 Wer ist das da? Ich fahr mit meinem Vater. Ich fahr mit meinem Vater. Ich fahr mit meinem Vater. Jetzt ist es meins. Hallo, okay. Hallo, okay. Hallo, okay. Maudado hat auf mich geschossen, der Noob, und hat's nicht geschafft, mich zu töten. Wer ist hier? Wo ist der? Maudado ist es? Oben aufm Leuchtturm. Ich fahr mit dem Fahrstuhl runter. Er hat's einfach nicht geschafft, mich zu töten. Komm. Hey. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist denn der Mann? Komm mit zum Baby, wir töten ihn. Ja, ich bin fast tot. Ja und? Komm mit zum Baby. Maudado. Maudado. Der Detective befiehlt euch, dass wir jetzt den Leuchtturm hochgehen. Er ist oben auf dem Fahrstuhl drauf. Ich fahr mal nach oben. Er kommt dann in den Fahrstuhl. Nein! Nein! Wir mussten oben warten und reinziehen. Woher wusstest du das? Ich höre seine Beine durch die Ecke durchglitschen. Wo ist er denn? Im Fahrstuhl oben drauf. Hab ihn! Das ist Manu, oder? Nein! Ich hab da gerade reingeballert. Ja, aber ich hab doch... Ja, aber ich hab doch... Manu? Du hast aber auch mir Schaden gemacht. Wo ist denn jetzt Maudado? Ja, tot! Sehst du dieses ganze Blut? Ja, aber... Ich hab's ja nie mitbekommen. LOL! LOL! Er ist einfach gestorben! Er ist einfach gestorben! Er ist einfach... Hä? Wieso ist er gestorben? Warte, warte, warte. Wieso ist er gestorben? Wieso ist er gestorben? Ist Tadl schon tot? Wieso ist er gestorben? Nein, weiß ich nicht. Geh hoch. Nein, Tadl hab ich noch nicht gesehen, diese... Wow! Ja, geil. Wer war das? Ich bin Detective. Ich darf das. Ich wollte euch aussortieren. Ihr verdorbenes Pack. Einer von euch ist der Traitor und ich wollte beide... Ja, oder Tadl. Oder Tadl. Wow! Sag ich doch. Du hast doch eben auch nicht aus Versehen auf... Ne, hab ich auch nicht. Ich hab Tadl am Anfang von der Runde gekehlt. Woher wusstest du, dass ich auf dem Fallstuhl bin? Hä? Ich hab deine Beine durchglitschen gesehen. Wie krass das gerade aussah. Äh, ich bin ja schon gestorben, als ich alles eingestellt habe. Da hat irgend so ein Nigger das direkt ausgenutzt. Aber, äh, das war grad so krass, wie einfach Zimbel da so stürmt und dann fällt er so langsam um und alle so, hä, was ist passiert? Und dann glitscht seine Leiche so richtig eklig durch den Fahrstuhl und fällt runter. Und ich war als Spectator und hab deswegen so der Leiche hinterher geguckt und es war wie so eine wunderschöne Kamerafahrt, so, wie sie da so runter wabbelt. Das war superschön, Mann. Ich bin sehr glücklich, dass ich das erleben musste. Ich kann grad dich anschauen, ey. Mar, wer ist da keine Disc-Kombo rein, Mann? Wer macht das denn immer? Wer macht das denn immer? Also ich hab's jetzt grad zum ersten Mal gemacht. Ich bin bei Delay, 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 Delay. Jetzt fahr ich Fahrstuhl. Wollen wir Boot fahren? Ja, warte. Lass mich ins Wasser schieben. Ich will immer nicht kaputt machen. Helfer schieben. Oh ne, ich will nicht. Ich schieb ihn in meinem Kopf. Okay, warte. Und jetzt? Ja! Boot fahren. Nicht umkippen. Geh runter von hier. Geh doch uns jetzt viel so schwer. Das ist witzig, einen Boot fahren, das ist schön. Wo seid ihr? Ich will auch mit dem Boot fahren. Und ich, hier, Leute, Leute, Leute. Ach ne, der Tee ist fertig. Oh Gott! Bei mir ist Delay. Oh, lecker. Was ist das Boot hin? Also, guck dir mal, wie hell das ist. Wo ist das Boot hin? Das ist einfach verschwunden. Oh, ist das Tee im Wasser verschwunden. Oh, kein Boot fahren mehr für uns. Ich schwimm. Ich schwimm rein. Hi. Ich hab das Tee wieder geholt. Das ist jetzt ein bisschen viel Wasser. Müssen wir noch stehen lassen. Wir müssen ein bisschen stärker. Aber mit Salzwasser. Du musst ein bisschen kochen. Äh, Delay, warum wolltest du mich töten? Ich wollt nur gucken, was passiert. Ich schwimm jetzt nicht. Ich schwimm jetzt nicht. Okay. Okay. Ich geh nicht mehr zu dem Fahrstuhl. Der hat mich schon oft genug umgebracht. Du bist doch schlecht. Das Massenmörderwerkzeug. Was macht Monado? Hä? Ich bin grad im Fahrstuhl hochgefahren. Ach so, okay. Ich dachte schon. Ich block dich. Komm, wir blocken ihn. Nein, ich töte keine Menschen. Ich fahr Fahrstuhl. Nein! Oh nein, Monado, nein! Ich werde das überleben. Irgendwas ist gestorben. Ich nicht. Ich glaube, Taddy ist gestorben. Ich glaube, Taddy ist gestorben. Oh, Zombey ist es! Zombey! Okay. Also, es ist Zombey. Wusstet ihr schon, dass es Zombey ist? Wer ist es? Vielleicht hast du ihn auch gerade getötet und hast einfach gerufen, dass es Zombey ist. Au. Oh nein. Dir irgendwelche Leute da oben auf dem Turm. Hilfe! Ich bin gefangen in der Hölle. Wer ist es da oben? Ich schieß grad auf irgendwen. Hä? Alter, schieß doch nicht auf mich. Bist du auf dem Turm oben? Ja! Okay. Ich hab dich kein einziges Mal getroffen. Ja, ich weiß. Aber warum schießt du denn in meine Richtung? Ja, weil ich sag, dass Zombey da oben ist. Ist Zombey tot? Keine Ahnung. Ich hab nix mitbekommen. Ich war grad gefangen in dem Glas. Du bist Traitor mit ihm. Okay. Ich war grad gefangen in dem Glas. Wer lebt denn noch außer euch beiden? Ja, keine Ahnung. Fuck. Hier unten ist... Hä? Hier unten ist die Leiche. Ja, du hast auf mich geschossen. Alter, ich bin grad hier. Guck mal, wo ich bin. Ja, nein. Ich guck nicht, wo du bist, weil ich auf mich geschossen wurde. Ich bin unten. Ja, aber ich bin jetzt unten. Und ich bin nicht bei dir. Dann bist du aber grad an Zombey vorbeigegangen, ohne ihn zu töten. Hier ist Blut. Hä, wo war denn Zombey? Weiß ich nicht. Scheinbar auf dem Turm oder so. Haha, du bist an dem vorbeigegangen, wo war denn? Keine Ahnung. Aber da hat jemand geschossen. Ja, ich bin's nicht. Ja, schön. Hä? Schießt du einen auf mich? Ja, ja, ja. Hab ihn. Oh, ich war gar nicht, Mann. Ich wusste es. Headshot. Ey, Manu, das war ein richtig kluger Move, Mann. Was? Der Fahrstuhl fuhr so runter und er hat mich schnell, äh, erschossen. Und dann hat Maudado in dem Moment gedacht, ich wurde eingeklemmt. Hä, ich hab voll den Schuss unten gehört, selbst am Turm. Nein, es war ja eigentlich schon tief genug, aber ich hab gedacht, dass immer wieder jemand mysteriöser weiß am Fahrstuhl gestorben. Mysterisch! So, er hat einfach gesagt, komm, wir schieben die Schubkarre ins Meer. Und dann hat er mich getötet, als ich sie reingeschoben hab. Ohhhh. Aber ich war zwar miteinander Traitor.